Dauerwerbesendung. Mh, das ist lecker. Och, der Kaffee ist gut. Kann ich davon noch was haben? Antenne Bad Kreuznach, das Business-Frühstück. Bei mir heute Morgen im Antenne-Business-Frühstück Dr. Thomas Middeldorf. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Herr Middeldorf, wir sprechen heute über Schlaganfall und das nicht ohne Grund, denn heute ist Tag des Schlaganfalls. Also das heißt im Endeffekt, dass heute dem Schlaganfall so ein bisschen, wie soll man sagen, doch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden soll. Kann man das so sagen? Ja, denke ich schon. Und das brauchen wir auch, damit jeder für das Thema sensibilisiert ist und insbesondere seine Augen offen hat. Ja, weil es kann jeden treffen. Und darüber reden wir jetzt hier beim Antenne-Business-Frühstück. Mein Name ist Henning Schwörer. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit. Hauen Sie rein, Herr Middeldorf. Danke. Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Heute beim Antenne-Business-Frühstück. Dr. Thomas Middeldorf und wir reden über Schlaganfall. Herr Dr. Middeldorf, was ist denn so ein Schlaganfall genau? Das hat jeder von uns schon mal irgendwie gehört. Aber was es genau ist, weiß, glaube ich, keiner so richtig. Also der Schlaganfall, das ist eigentlich ein Überbegriff für eine plötzliche Sauerstoffmangelversorgung kleinerer oder größerer Hirnbezirke. Das führt dann zu neurologischen Ausfällen und diese können sehr ausgeprägt sein und ganz gering sein. Es kann auch sein, dass nur die Gesichtshälfte ein bisschen gelähmt ist zum Beispiel und das könnte schon ein Ausdruck eines Schlaganfalls sein. Deswegen kann man auch schon bei solchen Symptomen sagen, das ist ein Schlaganfall. Jetzt gibt es natürlich dann verschiedene Ursachen für Schlaganfälle auch. Das heißt also, es kann sein, dass ein Gerinnsel in den Kopf liegt und das ist die häufigste Ursache. Das sind also ungefähr 80 Prozent der Schlaganfälle betreffen das. Das sind, sagen wir mal, zum Beispiel bei Verkalkung der Halsschlager dann können da, die sich dann zunehmend verengen mit dem Alter. Und die können dann praktisch ins Gehirn fliegen und einen größeren oder kleineren Bezirk schädigen. Manchmal kann es sein, dass es nur ein ganz kleiner Bezirk ist, der aber große Auswirkungen hat, weil da ganz viele wichtige Bahnen durchlaufen und praktisch, also wirklich nur punktförmig sind und trotzdem eine volle Lähmung einer Körperhälfte verursachen. Und manchmal fallen die überhaupt nicht auf. Also das ist halt das Komplizierte an der Sache und deswegen muss man eigentlich auch schon bei kleinen Ausfällen darauf achten, weil diesen können auch große Folgen. Und deswegen ist es ganz wichtig, das weiter zu untersuchen. Okay, kann man sagen, wie viele Menschen im Jahr so einen Anfall erleiden? Oder ist das, das ist ja, man hört das ja schon immer wieder, aber gibt es da Zahlen? Also ich habe da auch nochmal nachgeguckt, weil im Alltag beschäftige ich mich jetzt auch nicht damit, mit den genauen Zahlen. Also wenn Sie überall so in den Datenbanken gucken, auch bei Wikipedia und auch sonstigen bei den Fachgesellschaften, dann spricht man von ungefähr 250.000 Schlaganfällen im Jahr. Und die teilen sich dann auf in die verschiedenen Ursachen. Also über 80 Prozent, wie ich schon gesagt habe, der sogenannte ischämische Schlaganfall. Das heißt eine akute Durchblutungsstörung aufgrund von kardiovaskulären Erkrankungen, Herzerkrankungen oder Gefäßerkrankungen. Dann Hirnblutungen, das können es bei Gefäßmissbildungen sein. Das sind ungefähr, also wenn wir dann, genau, bei den ischämischen Schlaganfällen sind ungefähr die Inzidenz, da kennt sich ja heute jeder aus, also Inzidenzen sind also ungefähr 200 pro 100.000 im Jahr. Sind das dann bei den ischämischen Schlaganfällen, bei Blutungen ungefähr, verschiedenen Arten noch Blutungen sind das ungefähr 28 pro 100.000 im Jahr. Und dann gibt es ungefähr 8 pro 100.000, die nicht geklärt werden können, woher die kommen, also letztlich. Und das ist also doch häufig, muss man sagen. Ja, kann ich auch sagen. Dann kann man auch sagen, das ist also die häufigste Ursache einer dauerhaften Behinderung und die dritthäufigste Todesursache überhaupt, der Schlaganfall. Sie haben es gerade eben schon mal so ein bisschen angedeutet. Kann man einen Schlaganfall erkennen? Gibt es da irgendwelche Anzeichen? Wie ich schon gesagt habe, das ist schwierig. Ja, das ist, das sagen wir mal, das ist nicht schwierig. Eigentlich muss man aufmerksam sein. Man kann jeglich, wenn man denjenigen kennt, dann kann schon die Gesichtslähmung ein Hinweis sein, eine einseitige Gesichtslähmung. Oder es kann eine Extremität, kann gestört sein, eine Wurstlosigkeit kann es sein, ein Schwindel. Letztlich muss man aufpassen und im Zweifelsfall sollte man rechtzeitig den Rettungsdienst rufen, um das Thema zu beleuchten. Lieber einmal zu oft, als einmal zu wenig. Genau. Okay, wir reden gleich von der Behandlung und der Vorbeugung beim Thema Schlaganfall. Bei mir immer noch Dr. Thomas Middeldorf vom Krankenhaus St. Marienwörth und wir reden über das Thema Schlaganfall. Ja, Herr Dr. Middeldorf, gibt es irgendwelche Möglichkeiten, einen Schlaganfall zu behandeln? Ja, zum Glück gibt es diese. Voraussetzung ist aber, dass man den erst nochmal, da komme ich nochmal drauf zurück, dass man den erstmal erkennt. Und dafür empfehle ich den sogenannten Fast Score, das heißt F wie Gesicht, Face und A wie Arm und S wie Gesicht, heißt er auf Englisch. Und da sollte man darauf achten, dass man, wenn man eine einseitige Gesichtslähmung sieht oder einen absinkenden Arm, wenn man die Arme nach vorne hält oder man hat eine Sprachstörung, dass man dann nicht zögert, sofort den Rettungsdienst suchen und man einen Schlaganfall vermutet. Man kann nämlich nur in der frühen Phase eine gute Behandlung einleiten. Das heißt, je länger man wartet, umso unwahrscheinlicher wird es, ein gutes Ergebnis zu erzielen und dann noch keine Behinderung mehr zu haben. Hierfür sind die Schlaganfalleinheiten eigentlich gedacht. Also die Patienten kommen dann zu uns und wir prüfen dann, ob ein Schlaganfall vorliegt, machen so schnell wie möglich ein CT und auch eine Angiografie, also eine Gefäßdarstellung der Schlagadern im Gehirn. Und wenn wir dann das sagen können, es ist ein Schlaganfall, dann können wir die beste und schnellste Therapie einleiten, nämlich eine sogenannte Lysebehandlung. Diese hat das Ziel quasi, das Gerinnsel aufzulösen und möglichst dann die ganzen Symptome wieder zurückzubilden. Und das gelingt tatsächlich auch. Manchmal bleibt das Gerinnsel dort stecken oder wenn ein Gerinnsel nachweisbar ist, dann kann man mit einem neuroradiologischen Kooperationspartner quasi den Patienten dorthin verlegen und das Gerinnsel mit einer sogenannten Trompectomie entfernen. Mit diesem Verfahren kann man sogar noch mit dem Zeitfenster von viereinhalb Stunden hinaus gute Ergebnisse erzielen. Das heißt also, auch wenn sie später kommen sollten, gibt es immer noch eine Möglichkeit, das gut zu behandeln, noch eine langfristige Einschränkung zu verhindern. Okay, aber Zeit spielt also auf jeden Fall eine große Rolle. Wenn man ja einen Schlaganfall erlitten hat, was kann man denn tun, um möglichst keinen Schlaganfall zu erleiden? Wir haben ja gehört, dass die meisten Schlaganfälle aufgrund der Herz-Kreislauf-Krankheiten zustande kommen. Das sind dann also die ganz normalen Risiken, die man hat. Das genetische Risiko kann man natürlich nicht beeinflussen. Also die einen kriegen halt schon aus der Familie raus mit sehr frühen Schlaganfälle oder Herzinfarkte. Aber insgesamt kann man natürlich sehr viel durch Ernährung tun. Man kann nicht rauchen, man kann auch nur wenig Alkohol trinken bis gar keinen und Sport machen. Das sind so die wesentlichen Dinge. Und ich empfehle in den meisten Fällen, wenn man sagt gesund ernähren, man sollte sich die mediterrane Kost angewöhnen. Das heißt viel Gemüse essen, wenig Fleisch und mit Olivenhüll kochen zum Beispiel. Also ungesättigte Fettsäuren, Fisch essen ist auch gesund. Da kann man diskutieren natürlich viele Leute, ob das heutzutage noch angemessen ist. Aber trotz allem ist es ein anderes Thema. Aber prinzipiell ist Fisch ein gesundes Lebensmittel, weil ganz viele ungesättigte Fettsäuren da drin sind. Okay und dementsprechend sollte ich mich gesund ernähren und dann ist das Risiko, ich sag mal geringer. Aber ich sag mal auf der anderen Seite, kann man so ein Schlaganfallsrisiko auch frühzeitig irgendwie erkennen? Geht das auch? Also man sollte natürlich zum Hausarzt gehen. Und man sollte sich dort mal die Cholesterinwerte abnehmen lassen, ab 40 vielleicht. Und wenn man in einer Familie ist, lebt die, wo es viele frühe Schlaganfälle gibt. Das heißt also, wenn schon Leute mit 40 Jahren Schlaganfälle oder Herzinfarkte bekommen haben, dann muss man dann auch schon früher hingehen und gucken, ob der Cholesterinwert zum Beispiel sehr hoch ist. Weil es gibt ja Leute mit angeborenen Störungen quasi und die kann man dann behandeln. Das ist ein Beispiel dafür. Und insgesamt ist natürlich die familiäre Geschichte wichtig. Wenn Leute früher entschlagen, dann sollte man auch mehr gucken. Ansonsten, auch bei Hirnblutungen zum Beispiel, dann kann man auch, also wenn, gibt es ja so angeborene Gefäßstörungen, dann könnte man theoretisch auch gucken. Aber das sind ja seltenere Sachen. Die häufigen Sachen sind ja häufig. Und das gilt auch für die meisten Leute. Insgesamt muss man sich nicht so viele Gedanken machen, dass man keinen einkriegt. Aber letztlich, wenn man die Maßnahmen durchführt, hat man dann doch einen guten Schutz. Ja, es hat immer so eine Sache. Ich kenne das von mir selber. Aber wenn man gesund ist oder man denkt, man ist gesund, dann geht man natürlich seltener irgendwie zum Hausarzt, um jetzt zu sagen, hier, komm, mach doch mal ein großes Blutbild oder guck mal, ob ich Cholesterin habe. Aber das sollte man durchaus auch ab einem gewissen Alter dann tun. Genau. Ich denke, dass man mit gesunder Lebensweise länger leben kann. Für Sport ist das besonders gut erwiesen auch. Und regelmäßige Bewegungen, also dreimal eine Stunde in der Woche zum Beispiel, dann würde man schon sehr viel für sich tun. Okay, wir reden gleich weiter und dann geht es um das Thema Stroke Units. Das ist lecker. Och, der Kaffee ist gut. Kann ich davon noch was haben? Antenne Bad Kreuznach. Das Business-Fruchstück. Heute ist der 10. Mai und das ist der Tag des Schlaganfalls. Also ein Tag, wo man über Schlaganfall und den Folgen und vor allem die Vorbeugung ein bisschen mehr drüber nachdenken sollte. Bei mir deswegen heute Dr. Thomas Middeldorf vom Krankenhaus St. Marien-Wörth. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir reden gleich weiter und dann geht es um das Thema Stroke Unit und was das genau ist. Mein Name ist Henrik Schwörer. Schönen guten Morgen. Ich rede mit Dr. Thomas Middeldorf heute über das Thema Schlaganfall und wir kommen jetzt zur sogenannten Stroke Unit. Was ist das so, eine Stroke Unit? Ja, und wie kann dem Patienten dort geholfen werden? Das heißt ja eigentlich auf Deutsch Schlaganfalleinheit, aber eigentlich ist das nicht so einfach zu sagen. Das ist nämlich ein komplexes Gebilde aus verschiedenen Berufsgruppen, die da zusammenarbeiten. Das beginnt mit dem Rettungsdienst, der den Patienten bringt. Dann die Notaufnahme, in der der Patient primär behandelt wird und wohl auch die sogenannte Lüsebehandlung gemacht wird und dann die eigentliche Schlaganfalleinheit, wo die Patienten danach hinkommen und dann nach den Grundsätzen behandelt werden. Da sind auch wiederum ganz viele Berufsgruppen mit beteiligt. Das sind also die Physiotherapeuten, die Ergotherapeuten, Logopäden, Neurologen, Internisten und da wird dann also der Patient behandelt, diagnostiziert, um dann das weitere Risiko zu minimieren, einen erneuten Schlaganfall zu bekommen und zudem sind wir auch noch verbunden in dem Ganzen mit einer teleneurologischen betreutenden Klinik, die uns praktisch unterstützt in der Akutbehandlung. Das heißt, der Patient, der die Notaufnahme in den Raum kommt, da gibt es eine Monitoranlage, dann wird, nachdem er das CT gemacht hat, dort audiovisuell und auditiv vorgestellt. Das heißt, ein Neurologe sitzt am anderen Ende und kann den Patienten mitbeurteilen und entscheidet dann mit uns zusammen, wie die weitere Behandlung durchgeführt wird, diese Akutbehandlung, wie wir gesagt haben. Dann kriegt er diese Lüsebehandlung und dann die Trombektomie und kommt dann entweder zur Verlegung oder auf unsere Schlaganfalleinheit im engeren Sinne. Okay. Im Krankenhaus St. Marienburg gibt es ja seit etwa 2005 auch eine Stroke Unit. Was bedeutet das hier für die Naheregion? Sie müssen einmal so sehen, in den 90er Jahren gab es noch gar keine klaren Konzepte für die Behandlung von Schlaganfallenden. Das heißt, meine Oma und auch meine Großtonne, die hat es beide ereilt und deswegen kenne ich mich da ganz gut aus, wie das passiert. Die wurden dann einfach in irgendeinen Raum geschickt. Also auch in der Uniklinik, in der Notaufnahme lagen die dann rum und es ist aber nichts Richtiges passiert. Erst dann hat man gesehen, also da muss man das verbessern und es kann auch nicht sein, dass die Leute ganz weit fahren müssen. Das heißt, wenn wir keine Schlaganfalleinheit hier hätten, dann würden die Leute alle durch die Gegend fahren, 50 Kilometer und sind weiter und das würde die weitere Behandlung noch mehr verzögern, also besonders die Lüsebehandlung. Deswegen können wir froh sein, dass wir hier eine Schlaganfalleinheit, dass der Patient, der direkt in Bad Kreuznach oder in Binger Wald oder wo auch immer, einen Schlaganfalleinheit direkt zu uns kommen kann und dadurch standardisiert schnell geholfen bekommt. Okay. Vor kurzem haben Sie die Urkunde als zertifizierte, telemedizinisch vernetzte Stroke Unit bekommen. Was bedeutet das genau? Also zum einen ist es die einzige telemedizinisch vernetzte Stroke Unit in ganz Rheinland-Pfalz. Das heißt, wir haben hier schon ein Alleinstellungsmerkmal und können auch ein bisschen stolz darauf sein, weil das bestätigt uns eigentlich in unserer Arbeit, dass wir halt diese ganzen Abläufe wirklich gut strukturiert haben. Das ist gar nicht so einfach und es war auch sehr viel Arbeit, das für dieses Zertifikat zu erarbeiten, weil man dann nochmal alles durchgehen musste und auch noch optimieren musste. Man ist dann praktisch gezwungen, es noch besser zu machen. Ja, und deswegen hat das schon einen Vorteil, sich ein Zertifikat zuzulegen. Okay. Und telemedizinisch heißt das, was Sie eigentlich vorhin angesprochen haben, dass auch praktisch über die Ferne da Ärzte dann drauf schauen können? Genau, also Neurologen. Die Voraussetzung ist, dass ein Neurologe einen Patienten mit beurteilt, wenn man einen Schlaganfall behandeln muss. Und da aber nicht überall in jedem kleinen Krankenhaus, und wir sind ja ein noch kleines Krankenhaus, immer ein Neurologe vor Ort sein kann. Also die größeren regionalen Stroke-Units, das ist ja, wir sind ja eine kleine, die größeren regionalen Stroke-Units, die haben halt immer Neurologen vor Ort. Das ist der große Unterschied. Wir haben eben keinen Neurologen vor Ort. Und deswegen können wir aber trotzdem Schlaganfall richtig behandeln. Und das ist der große Vorteil. Und das ist natürlich auch ein Vorteil hier für die Nahregion, weil es ist einfach, die Wege, wie Sie gerade eben schon gesagt haben, sind einfach nicht so weit. Ja. Also 20 Minuten Verzögerung, also wenn sich die Behandlung um 20 Minuten verzögert, muss man einen Patienten mehr behandeln, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Das ist so erwiesen. Da gibt es gute Studien, die das belegen. Also von daher gesehen, 20 Minuten, schon 20 Minuten machen etwas aus. Also von daher gesehen ist das der richtige Weg, das zu dezentralisieren. Genau. Wir reden gleich weiter über das Thema Schlaganfall. Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Bei mir Dr. Thomas Middeldorf vom Krankenhaus St. Marien-Börth. Und wir reden über das Thema Schlaganfall. Und natürlich jetzt zum Schluss die Frage, ja, wohin kann ich mich wenden zum Thema Schlaganfall? Also wenn Sie, sage ich mal, Sie können sich natürlich immer an Ihren Hausarzt wenden. Wenn Sie da Ihr Risikoprofil erproben wollen, dann ist der Hausarzt bestimmt der richtige Ansprechpartner. Und ansonsten empfehle ich die Webseite der Deutschen Schlaganfallhilfe, die für Laien sehr gut und verständlich diese Themen alle erklärt. Es gibt natürlich ganz viel im Internet, ganz viele Seiten. Sie können sich bei Wikipedia allgemein informieren. Und einmal im Jahr bieten wir zudem, also bis Corona war das jedenfalls der Fall, den Schlaganfallbus mit Böhringer zusammen an. Das heißt, wir stehen dann einmal in der Stadt hier und stehen dann Rede und Antwort. Da können Sie hinkommen. Hoffen wir, dass das dieses Jahr wieder stattfindet? Ja, hoffen wir. Ja, dieses Jahr glaube ich nicht. Nächstes Jahr. Das ist noch zu knapp, diese Maß. Aber ich denke, wenn alle wieder ohne Maske durch die Gegend laufen können und wir uns treffen können, dann wird das wieder so. Auch dann werden wir auch wieder eine jährliche Fortbildung anbieten zum Thema Schlaganfall. Okay. Herr Dr. Middeldorf, vielen Dank, dass Sie da gewesen sind und uns mal das Thema Schlaganfall ein bisschen näher gebracht haben heute am Tag des Schlaganfalls. Ja, vielen, vielen Dank dafür und ja, ich wünsche Ihnen alles Gute. Ja, vielen Dank und Tschüss. Tschüss. Tschüss.